Hi, wir sind Frey Eckert, wir sind ein Direktors-Producer-Duo und wir filmen ein Dokumentary auf Jezzanova. Die ersten 2000 sind ausverkauft über Nacht. Und ich so, was? Ich sage, ich kann verkaufen, das ist aber einfach. Jezzanova ist ein Kollektiv, das ist eine große Idee, deine Energie zusammenzubringen, um etwas größeres als dich selbst zu formen. Wie so ein Ring oder irgendwie so eine... Ja, so eine homokine Einheit wurde. So ein Ball. Also halt wie so ein Atom, ja? Wie so sechs, also alles daran ist irgendwie so ein bisschen unreal. Now, 10, 15 years later, they all turned 40 and their dream has become a job. Another problem they have is it takes them forever to make the songs because they're so perfect. So in a way, Jezzanova is growing up and has to decide how to make a living or pay your rent and live your dream. Am Anfang haben wir ja gleich den Fehler gemacht und alles, schupp, da kaufen wir uns das und das und wir brauchen dicke Autos. Und dann war auf einmal das Geld weg. Wir wollen natürlich alle überleben, aber wir müssen uns nur über den Inhalt identifizieren. Ja, finanzielle Erfolge sind vielleicht gar nicht so wichtig, ne? Ne, offenbar nicht. Überhaupt nicht. Offenbar nicht, ne. Oder auch Sicherheit nicht so. Auch das nicht, ne. Komisch. Ja. Also ich denke da vollkommen anders. We will produce a CD, a soundtrack, and you will be able to get all of that. A CD, a documentary, even a private concert, depending on your donation. Please help us making this dream come true. Please be part of this collective and be part of this production because we think there's a lot to learn from Jezzanova. Tell me how you're gonna change the world when you haven't got the love.